Es passt einfach bei uns beiden. Bernhard Brink, 69, ist definitiv einer von Deutschlands ganz großen im Schlagergeschäft. Seit rund 50 Jahren steht er auf der Bühne, und seit 40 Jahren ist er glücklich vergeben. Und zwar an seine Ehefrau Ute, 64. Seit vier Jahrzehnten sind die beiden ein Paar, seit 1987 verheiratet. Auch nach so langer Zeit strahlt Bernhard Brink, wir sind unkaputtbar. Im Video verraten die beiden das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Liebe. Die Brinks sind kinderlos glücklich. Wir beide bleiben, bis, dass der Tod uns scheidet, da ist sich Bernhard Brinks bessere Hälfte Ute im RTL-Interview sicher. Die beiden gehen schon ewig zu zweit durchs Leben. Trotzdem hat jeder seinen Freiraum und eigene Interessen. Neben der Musik ist Fußball eine große Leidenschaft von Bernhard Brink. Ehefrau Ute liebt es zu shoppen. Und wenn sie etwas möchte, dann weiß sie genau, wo und wann sie ihren Mann überzeugen kann. Diskutiert wird bei den Brinks nämlich beim Sport. Wenn ich was will, dann fange ich das beim Joggen an. Dann kann er mir nicht abhauen, grinst Ute Brink. Läuft also im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut bei den Brinks. Lieben und Leben ist nicht nur der Titel von Bernhard Brinks neu im Album, sondern auch sein Lebensmotto. Nachwuchs haben der Schlagerstar und seine Frau übrigens nicht. Warum, erklärt Bernhard oben im Video. Sch 7 Musik 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 Vielen Dank.